Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das Licht von Olfheim. Ich habe da zum Beispiel Fafnirs Hort. Sindri helfen, Fafnirs Wettstein zu finden. Da muss ich ja Nilfheim. Die Welt des Feuers. Die Welt Muspelheim freischalten. Wir haben das Fragment einer Scheibe mit seltsamen Runden gefunden. Wenn ich mich an Mutters Lektion erinnere, soll ich das mal irgendwie markieren? Das kann ich nicht markieren, Leute. Fafnirs Hort auch nicht. Jo, dann müssen wir wohl oder übel, würde ich ja mal sagen. Ah, nö, nö. Oder? Muss ich da raus? Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt tatsächlich eigentlich hin muss. Ich werde einmal Mörtel und Hauptquesten folgen. Was ist mit dir los? Oh, und rüber da. Keine Ahnung, ich muss da wieder irgendwie rausgehen. Komm, Junge. Junge. Das ist immer so super. Junge. Ich brauche einen Kaffee danach, Leute. Das wäre dann der Dritte heute erst. Aber es geht ja. So. Jo. Da haben wir eine Schnellreise. Wo verschlägt es uns hin? Schaut einmal. Die Reise. Ähm. Wir müssen da hin, oder? Ähm. Ja, dann werden wir, ich glaube, einmal dort, ich weiß nicht, wo man da jetzt hinreisen kann. War auf die Hütter hier. Mystisches Tor. Bestätigen. Dann reisen wir mal hin. Jo. Tschüss. Ich reise das erste Mal hier, Leute. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge. Komm nicht vom Weg ab. Klar, klar. Ich weiß. Noch sehr was. Junge. Komm nicht vom Weg ab. Ah, Leute. Wir springen. Oh mein Gott. Ach, du Schande. Blöde Idee. Ach, du Schande. Ich bin tot. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ach, du Sch... Ähm. Von Kontrollpunkt neu. Ich bin tot. Blöde Idee. Und war auch was. Ähm. Ah, da dran muss ich hin. Verstehe. Servus. Brok. Du bist überall. Kannst du mal was sagen? Brok. Was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Ach so. Das kennen wir schon. Ja. Das kennen wir schon, Leute. Können wir eigentlich was verbessern? Die Levitian-Axt. Da habe ich noch immer keine Frostblamme. Wir haben auch nicht viel... Hä? Da schau da mal. Nicht genug Ressourcen. Die Leitrelegierung brauche ich. Und einiges an Hacksilber. Ich habe doch einen Axtknauf, oder nicht? Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Ja, Leute. Komischer. Ich muss aber... Jetzt einmal schauen. Wo ist denn mein Axtknauf hin? Da habe ich gar keine Axtknauf? Wartet mal. Kann ich bei dir was kaufen, Brok? Weil ich muss nämlich schauen. Schaut mal. Auferstehungssteine. Leute. Da kann ich mir drei kaufen. Genau. Auferstehungssteine. Der hat keine mehr. Okay. Also, ich kann nur einen auf einmal tragen. Okay. Ich habe einen Auferstehungssteine wieder. Du brauchst noch ein paar Weisheiten gefällig? Nö, danke. Ich brauche keine Weisheiten mehr. Ich muss wieder... Wo muss ich jetzt eigentlich hin, Leute? Auf jeden Fall mal da rüber irgendwo. Servus. Da laufen wir mal ein bisschen schneller. Was ist das hier eigentlich? B. Okay. Okay. Aha. Was hat sich das jetzt gebracht? Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein. Das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Mal ganz kurz nur den Reelscreen ein bisschen gerichtet. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein. Wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ah. Hast du die wirklich? Geh mal wieder runter, Leute. Ich habe wirklich gedacht, ich schaue mal hier rauf. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, aber ich schaue mal. Ich laufe dem Ding da hinterher, da drüben. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Helxe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag. Die Sonne ist da drüben. Also? Gegner. Ist das Süden? Südwesten? Gut. Gegner, Leute. Schaut mal. Aua. Aua. Oh, Leute. Was denn? Lass ihn in Ruhe. Gut. Gut. Nein, lass mich hier nicht allein. Warum? Ich habe einen Wiederauferstehungsstein. Muss ich wahrscheinlich ausrüsten, auch noch den Wiederauferstehungsstein. Ach, Leute. 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 Siehst du, Tobi? Ruhig, da. Ah, Wahnsinn. Ähm. Oh. Wir sind nicht ohne. Ja, ja. Die Sonne ist da drüben. Also? Ist das Süden? Südwesten? Sei leise, Adrios. Wir haben da zu kämpfen, Leute. Oh. 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 Aber wie viele sind die da? Passt. Super. Äh. So. Da müssen wir da rein. Kannst du das jetzt schon... Was ist das? Pestarium aktualisiert. Traugr. Schnell. Ah. Das sind die schnellen Traugr. Die kann ich auch nicht lesen. Aber sie sind anders als die anderen. Ja. Ich weiß. Da waren wir ja schon mal, Adrios. Komm. Gehen wir mal da rein. Weil da müssen wir rein, Leute. Das liegt von der Aufenthalt. Zum Berg zurückkehren. Ja. Dann werden wir zum Berg zurückkehren. Genau das müssen wir. Das kannst du auch nicht lesen, schätze ich mal. Ich kann sie nicht lesen. Ja, ja. Ist okay, Adrios. Keine Ursache. Äh, kein Problem. Die magie der Hexe verdeckt die Hohenstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja, okay. Gut. War sehr gut. Haben wir da irgendwas zum draufschmeißen? Nö. Ja, wir müssen zurück nach Olfheim. Beziehungsweise zum... Ah, sind wir ja schon. Zum Berg zurück. Ähm. Genau. Da haben wir freie Bahn jetzt. Juhu. Ja, es wird eine kurze Session. Denn ich möchte nachher noch was anderes aufnehmen. Muss. Möchte. Es ist ja immer so. Ich möchte ja. Ja. Unbedingt. Aber es ist so viel zu machen. So viel zum Auffüllen. Dass ich eigentlich, wie gesagt. Jetzt von dem paar Folgen, von dem paar Folgen und so weiter kann. Ja, es ist halt so. Man hat zwei... Ich habe zwei Kanäle. Eigentlich drei. Der andere ruht schon länger. Der Sieg-Oben-Kanal. Und... Ja. Es ist einfach so, dass die, ähm... Dass es halt viel zum Auffüllen gibt, ne? Dann mal los. Wölfe. Wow. So, dankeschön. So, Pestarium. Die Wölfe. Giftwolf. Kennen wir schon. Hm. Schaut mal. Das ist aber jetzt anders. Ja, genau. Rauf. Da müssen wir rauf, schätze ich mal. Genau. Komm doch. Ab nach oben. Leute. Wir müssen zurück. Ah ja. Wir haben ja das Licht von All Time. Und da müssen wir jetzt zurück, um den ersten dunklen Atem zu deaktivieren. Passt. Das finde ich so richtig cool, Leute. Da müssen wir jetzt nämlich hin. Jetzt habe ich den Durchblick wieder. Könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Was bist du so streng? Irgendwie teilweise denke ich mir schon... Kratos. Alter Junge. Was machst du da? Warum ist der so streng? Ich meine, streng sein ist okay, aber das ist wahnsinnig. Ja klar. Gottheiten. Also da verhält es sich in der Familie ein bisschen anders. Wer hat das Gesicht in den Berg gemeißelt? Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Ja, ja. Komm, Adreus. So. Ah. Da haben wir noch eine Truhe, die wir letztens schon nicht geknacken konnten. Ja, wir müssen da hin. Aber warte mal kurz. Wie ist die Truhe da zum Öffnen? Das weiß ich jetzt momentan nicht. Was haben wir da eigentlich? Schau da mal. Äh, okay. Gehen wir da wieder rein. Hä? Ach so. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Da kam ja der Troll. Da kam ja der Troll. Genau, Leute. Da kam der Troll. Leute. Jawohl. Und wir sind nämlich jetzt da wieder. Bei diesem dunklen Atem. Da wartet sicher schon die Hexe auf uns. Da, schaut mal. Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Das Licht benutzen. Oh mein Gott. Den schwarzen Atem vertreiben. Das Licht von Olfheim. Okay. Oh mein Gott, like that. Zehn Stunden später. Was muss ich da jetzt machen, Leute? Leute. Oh mein Gott. Ah. Leute, schaut mal. Ich muss gehen. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist denn da los, Leute? Ich muss doch gehen. So, gehen wir mal da rauf, Leute. Weg da mir, du stinkender Atem. Boah, der ist aber sehr weit drin. Ja, gehen wir mal da ein bisschen. Wer war, was oder wer erwartet uns da hinten? Oh. Look, das Licht von Allform abgeschlossen. Das ist der erste richtige Hauptauftrag eigentlich gewesen, oder? Die Reise ist im Inneren des Bergs, den Berg besteigen. Also, wir spielen Lara Croft Tomb Raider, Leute. Und da oben ist aber was. Da können wir wieder runter. Also, der Atem ist jetzt komplett weg hier mal. Aber, wir können da nicht hin. Okidoki. Springen wir mal da rüber. Wahnsinn. Oh, mein Gott. Berg steigen. Die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß, warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötenheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Oh Gott. Oh. Dämonos, wir sind da. Mehr schwarzer Atem. Ok, dann mach wieder die Ding an. Boah, überall dieser schwarze Atem, Leute. So, was ist mit dir eigentlich hier passiert? Ein armer Ritterchen. Na, okay, Leute. Schau, was haben wir da drinnen? Ein Bossgegner. Hahaha, Leute. Das wär's ja. Ja. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf hab ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Kein Weg rüber. Aber das ist eine Sandschale. Rätsel. Warte mal kurz, Atrius. Ich schau mich da mal um, ja? Weil das muss sein. Aua. Aua. Was? Ist das Harz in einer Höhle? Harz? Was? Harz IV? Leute. Was haben wir denn da jetzt, Iron? Ich trau schnell. Okay. Ja, ich will mir das jetzt nicht die ganze Zeit nur durchlesen, wenn es eh immer wieder dasselbe ist und nur ein ganz, ganz kleiner Mini-Nachtrag. Nochmal. Bitte? Bitte? Wo denn? Ja, jetzt vorgesehen, ich schau gerne. So, ihr lieben Leute von heute. Aber was ist richtig? Ja, ist ja wurscht. Vielleicht kriegen wir das nachher auf, wenn wir da draußen weitermachen. Komm, Atrius. Warte kurz. Ich bin gerade so... Aaaaaah. Ich muss ganz kurz alles zerstören hier. Ach Leute, Servus. So, du schaust einmal, ja? Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Hm. Ja, und jetzt? Und was muss ich jetzt machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ach du Schande. Wieder ein Rätsel, Leute. Vielleicht das umkehren, dass wir das da reinstecken? Haha. Stimmt. Das kann natürlich sein. Äh, vielleicht das einmal. Aber ihr Lieben. Die Folge ist jetzt aus. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Schauen wir, ob wir das Rätsel vielleicht hingebacken bekommen. Ich hoffe es. Seid ihr auch übermorgen in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es weitergeht mit God of War. Game over. Euer Puli. Ciao.